Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu ein bisschen mehr Software Architektur und zwar, ja ich dachte mir es ist mal wieder Zeit hier was zu ergänzen, denn es gibt noch so viel was ich zu diesem Thema erzählen könnte und zwar heute mit den Microservice Architekturen. Microservice Architekturen sind etwas was eigentlich heutzutage der Standard ist für moderne Web Applikationen und wir haben sogar schon Microservice Architekturen entwickelt in Python Flags, zum Beispiel verlinke ich euch alles und ja natürlich haben wir hier nicht normale monolithische Architekturen gemacht, denn monolithische Architekturen haben einen entscheidenden Nachteil. Nehmen wir einfach mal an, wir haben hier eine App mit, also eine Web App, eine Webseite sozusagen mit mehreren Funktionalitäten. Also nehmen wir einfach mal YouTube als großes Beispiel. Dort hat man die Funktionalität Kommentare schreiben, dort hat man die Funktionalität Video gucken, dort hat man die Funktionalität Video hochladen und man hat noch eine weitere Funktionalität, zum Beispiel Abonnieren, ja. Also das sind so ein paar der wenigen Funktionen, also ich meine YouTube hat natürlich noch sehr viel mehr Funktionen, aber nehmen wir einfach mal nur die vier. Und wenn wir jetzt alle in eine monolithische Architektur anpacken, dann hängen die alle direkt miteinander zusammen. Wir haben eine Anwendung, die alles auf einmal kann. Das hört sich erstmal geil an, ist aber verdammt schlecht wartbar. Und deswegen kommen wir zu einer sogenannten Microservice-Architektur. Das heißt, wir wollen alles aufteilen in verschiedene unabhängige Services. Also zum Beispiel ein Service, der völlig unabhängig ist für Kommentare schreiben. Ein Service, der völlig unabhängig ist für Video gucken bzw. Video ausliefern, ist ja eigentlich der Service hinten dran. Und ein Service zum Abonnieren. Und ja, die sind völlig unabhängig und die nennen sich deswegen Microservice-Architektur. Warum macht man das jetzt? Nun, zum einen ist ein Service sehr viel leichter wartbar. Das bedeutet, wir haben eigentlich zwischen den Services kaum Kommunikation bzw. nur über offizielle Schnittstellen haben wir eine Kommunikation. Das heißt, die Services sind untereinander völlig unabhängig. Das heißt, ein Team kann Service 1 entwickeln, ein Team kann Service 2 entwickeln. Und so skaliert natürlich alles sehr viel besser. Man sollte Teams in der Informatik ja bekanntlich nicht größer als sieben Leute machen. Und deswegen versucht man hier auch die Services möglichst modular aufzuteilen. Also so kleine Services wie möglich. Damit man, wie gesagt, auch möglichst viele Teams dran ansetzen kann. Weil wie viele Teams, wie viele Services wir haben, das ist völlig irrelevant. Ein weiterer Vorteil liegt in der Skalierung von eurer Web App. Das heißt, ihr könnt eine Microservice-Architektur auf verschiedenen Servern deployen. Und das bedeutet, ihr habt am Ende nicht nur alles auf einem Server, wie bei der monolithischen Architektur, sondern ihr habt alles in Containern. Zum Beispiel in Docker-Containern. Und diese Docker-Container könnt ihr auf beliebig viele Cluster verteilen. Das heißt, ihr habt zum Beispiel einen Service 1, der auf Cluster 1 liegt, der sehr, sehr stark ist. Und Service 2 auf einem sehr, sehr starken Cluster 2 und so weiter und so fort. Und wenn ihr jetzt 100 Services habt, dann habt ihr die Möglichkeit, hier locker 100 verschiedene Cluster zu verwenden. Also 100 verschiedene Server zu verwenden. Während bei der monolithischen Architektur liegt alles auf einem Server. Und wenn ein Server ausfällt bei der monolithischen, dann haben wir gar keine Web App mehr. Während, was ihr vielleicht auch schon hin und wieder mal auf YouTube mitbekommen habt, wenn zum Beispiel jetzt der Service hier ausfällt, dann könnt ihr zum Beispiel keine Videos gucken. Aber ihr könnt weiterhin Videos hochladen, ihr könnt weiterhin Videos bearbeiten, ihr könnt weiterhin Kommentare schreiben und so weiter und so fort. Das heißt, bei YouTube fällt vielleicht nur ein Server aus oder ein Service dann dadurch aus, aber der Rest läuft wunderbar weiter. Und das ist auch ein weiterer entscheidender Vorteil. Und natürlich, ich kann das Ganze noch ein bisschen weiter skalieren, wenn ich jetzt hier zum Beispiel an Clustering denke und zum Beispiel an Lastenverteilung und so weiter. Aber das Prinzip ist erstmal vor allem, dass die auch voneinander auf unabhängigen Geräten lagern können. Was natürlich sehr, sehr angenehm ist. Gut, die Datenbanken an sich sind auch unterschiedlich. Das heißt, man hat am Ende nicht alles in einer Datenbank drinstehen, sondern man hat dadurch, dass es ja sowieso verteilt ist, alles auch in mehreren Datenbanken drinstehen. Das hat zusätzlich noch Vorteile für die Security. Das heißt, nehmen wir mal an, die Videodatenbank wird gehackt. Ja, also der Video Microservice wird gehackt. Ja, dann hat der Hacker aber automatisch überhaupt keinen Zugriff auf Service 2 oder Service 3, sondern eben nur auf Service 1. Und dadurch kann natürlich der Hacker von mir aus auf die Datenbank von Service 1 zugreifen. Das ist trotzdem katastrophal, wenn es zum Beispiel die User-Datenbank ist, natürlich. Aber man hat eben nur eine eingeschränkte Anzahl an Opfern von der Datenbank, natürlich, während bei der monolithischen Architektur haben wir alles in einer Datenbank. Und das ist dann natürlich für den Hacker gefundenes Fressen. Und ja, natürlich haben wir auch weiterhin skalierende Vorteile, wenn wir das Ganze in Services auslagern. Wie gesagt, die Datenbanken sind kleiner, dadurch passen sie eher in den Arbeitsspeicher. Dadurch sind sie deutlich schneller und ja, dadurch ist unser gesamtes System schneller. Das heißt, wir können hier nochmal besser skalieren. Okay. Wie kommunizieren jetzt diese Dinger untereinander? Nun nehmen wir an, es liegt alles auf der Cloud. Also zum Beispiel sagen wir mal in Google Cloud oder AWS, das ist ja so ein bisschen der Standard. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir zwei Services haben. Der obere Service hier und der untere Service. Und die müssen natürlich gelegentlich auch miteinander kommunizieren. Und das macht man über, wie schon gesagt, die sogenannte Schnittstelle. Die Schnittstelle ist normalerweise auch bekannt als REST oder RESTful API. Und ja, im Endeffekt sind das genau die Aufrufe, die auch das normale Frontend macht. Das heißt, diese API hier, über die wir alles sozusagen kategorisieren, das ist sozusagen nochmal ein weiteres Service. Der sogenannte Backend-For-Frontend-Service. Und dieser API-Service hier, der stellt einfach nur eine gemeinsame Schnittstelle sozusagen für alle Endgeräte dar. Und das heißt, hier können wir dann einordnen zum Beispiel verschiedene Clients. Also Clients im Sinne von, das könnte eine Web-Applikation sein, ja. Das heißt ein Frontend, ein JavaScript-Frontend für eine Website, also YouTube.com. Wenn ihr da drauf geht, dann wird diese Webseite auf die API von YouTube zurückgreifen. Und die API wiederum, also das Backend-For-Frontend, das wird wiederum auf die einzelnen Services zugreifen und die alle bündeln. Okay. Und dieser Client hier ist aber nur einer von vielen möglichen. Ihr kennt zum Beispiel auch noch die YouTube-App. Die YouTube-App wiederum greift auch auf die API drauf zu. Das Frontend ist natürlich völlig anders geschrieben. Das ist wahrscheinlich eine Kotlin-App. Und naja, die macht dann halt ihre eigenen API-Calls. Wie das Frontend implementiert ist, ist der API herzlich egal. Die sind standardisiert, die APIs. Und ja, die kommunizieren dann halt einfach hin und her. So, aber manchmal kommt es auch vor, dass die Services untereinander kommunizieren müssen. Aber die stellen auch API-Calls zur Verfügung. Das heißt, dieses Backend-For-Frontend hier bündelt einfach nur alle API-Calls, die uns die Services zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel Kommentare bietet mir einen Post, einen Get, also einen Lesen- und Einschreiben-Service an oder API-Call an, der im Endeffekt einen Kommentar zum Abruf bereithält und einen Kommentar einträgt in die Datenbank aller Kommentare. Die Video-Angucken-API bietet mir zum Beispiel die Videos an, aber auch die Likes und die Dislikes und die Kommentarrate zum Beispiel. Und hier haben wir dann zum Beispiel, okay, das Video muss natürlich auch auf die Kommentare drauf zugreifen können, damit wir zum Beispiel alle Kommentare eines Videos rausgeben können. So was zum Beispiel. Und da kommt dann eben dieser REST-Call hier rein, wenn dann vielleicht hin und wieder mal auch was zwischen den Services übertragen wird. Aber, wichtig, trotzdem werden die Kommentare in einem separaten Microservice gespeichert und nicht irgendwie noch in diesen Microservice mit reingepackt. Sonst landen wir relativ schnell wieder bei der monolithischen Architektur, was wir natürlich nicht wollen. Und dadurch skaliert eure Web-App deutlich, deutlich besser, ist auch deutlich performanter, ist sicherer und ist resistenter auch gegen Angriffe. Und das ist eigentlich so ziemlich das, warum eigentlich alle mittlerweile Microservice-Architekturen verwenden. So zum Beispiel auch Netflix, Ebay, Amazon, LinkedIn, YouTube habe ich schon genannt. Eigentlich jede moderne Web-App nutzt Microservice-Architekturen, sobald sie eine gewisse Größe übersteigt. Also wenn alles natürlich in einen Microservice reinpasst, dann ist es natürlich nicht unbedingt nötig, dass man einen Microservice braucht. Wenn man es aber sinnvoll aufteilen kann und vielleicht überlegt, ob man vielleicht von einem Team auf zwei Teams wechselt, dann kann man da schon mal was machen. So, jeder der jetzt Microservices kennenlernen möchte, dem empfehle ich meine Python Flask-App. Da könnt ihr ganz gerne mal reingucken. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr zu diesem Video nicht nur dieses Video guckt, sondern auch die restliche Playlist dazu. Denn da gibt es noch sehr viel mehr interessante Informationen, wie man eigentlich Software wirklich entwickelt. Okay, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.